Hier spricht wieder Ostra und neben mir habe ich wieder die wunderschöne Miu. Wustrad. Ist, nein, der heißt nicht Wustrad, sondern Wustrad. Wustrad. Mein böser Zwilling. Und wir sind zurück bei Havis Moon Back to Nature. Ein Glück wurde ich nicht unterbrochen bei meinem Intro. Ich hasse das nämlich und das macht die ganze Folge vollkommen kaputt. Da hast du recht, Ostra. Oh Mann, ey, ich hasse die Leute, die das überhaupt nicht können. Einfach mal die Klappe zu halten. Die immer dazwischen reden. Genau, die mag ich auch nicht. Nee, ne? Nee, die mag ich überhaupt nicht. Das ist der Allerschlimmste. Warum ist mein Baby so ein Racker? Ich glaube, wir haben Glück mit dem Wetter, weil es werden wohl keine weiteren Tage mehr ausfallen. Wer möchte denn Glück haben mit dem Wetter? Ich dachte, boah, voll geil, scheiß Wetter, kurze Folge. Und wie war das? Wir haben es gerade ausgerechnet. Wir haben... Vier Tage noch. Einen Tag vor Weihnachten oder zwei Tage vor Weihnachten endet dann Harvest Moon. Und dann fangen wir mit dem... Zwei Tage vor Weihnachten. Wahrscheinlich Besseres zu tun, als uns beim Farmen zuzusehen. Oder sie sind ganz allein und würden gerne Harvest Moon gucken. Das natürlich... Das darf... Einfach von vorne an. Ja, entweder das oder guckt euch andere Projekt an, wo mir dabei war, Star Do Valley. Äh, kommt dann in der Zukunft. Nice. Nice, Ostra. Ich meine natürlich Wrecketeer. Ich meine... Ich bin alt. Ja, gut. Ich meine Wrecketeer. Ich meine Starbound. Ich meine Minecraft. Und ähm... Solche Sachen. So viele andere Dinge. Left 4 Dead. Left 4 Dead, ja. Wir müssen ja nicht alles aufbauen. Contagion. Und viele andere Dinge. Viele andere Dinge. Wunderbar. Let's Challenge. Star Do Valley. Das fand ich jetzt gut. Scheiße. Jetzt habe ich das jetzt verpasst mit aufzunehmen. Irgendwas ist jetzt falsch gekommen. Auf jeden Fall habt ihr dann wahrscheinlich noch das eine oder andere sicherlich zu schauen. Und meine... Die anderen LPs laufen ja auch alle weiter. Ähm... Nur wir wollen nichts mehr Neues anfangen. Jetzt vor dem neuen Jahr. Weil es wirklich... Ich meine... Das ist ein schlechtes Omen. Es ist... Irgendwas Unangefangenes. Also irgendwas anzufangen. Da machen sie schon Silvesterknall ab. Ja. Äh... Irgendwas anzufangen. Und ins neue Jahr mitzunehmen. Nee, das ist... Das ist ein schlechtes Omen. Nicht nur, weil wir abergläubisch... Abergläubisch sind. Nein, auch, weil wir... Ähm... Ich denke mal... Weiß ich nicht. Es ist einfach unsinnig. Wir... Wir werden uns... Sag einfach, wir sind abergläubisch. Wir werden uns... Wir werden uns... Wir werden uns... Wir werden uns... Die ersten paar Spiele aussuchen. Ihr hattet auch schon ein paar Ideen in den Kommentaren. Dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Zeit. Was waren denn für Ideen? Du erzählst mir lieber zu den Kommentaren. In den Kommentaren stand zum Beispiel Donkey Kong Country. Kenn ich nicht. Das ist das mit den Affen. Ja, Donkey Kong kenn ich, aber nicht Country. Ja, das ist eins der Multiplayer. Egal, wenn du Donkey Kong kennst, das ist eins der Multiplayer-Plattform-Games. Ähm, solche Sachen könnte man machen. Also mit dem Tantchen, was aussieht, als hätte es eine Banane am Kopf. Ja, Diddy Kong. Ja. Das sieht nicht aus wie ein Zopf, meine Lieben. Das sieht aus wie eine Banane am Hinterkopf. Das ist ja der Plan, das ist ein fucking... Ne, egal. Ja. Das ist ein fucking Affe. Ich weiß. Und eventuell kann man sogar sowas machen, weil das ist nicht so groß, wenn man nicht extrem beschissen ist in Platforming-Games. Und wir wollen natürlich... So wie ich. Wir wollen jemanden angucken. Nein. Ich zieh nicht da auch durch. Ich in der Haare, wenn es sein muss. Ich weiß. So wie bei World of Illusions. Ja. Obwohl, da musste man im Team arbeiten. Ja, da musste man im Team arbeiten. Mein Team arbeiten sieht aus. Ich kenne dich mit dem ein. Ich kenne dich ein. Ich kenne dich ein. Slap, slap, slap. Ja, wenn ihr euch fragt, was denn World of Illusion? Das ist ein altes Sega Mega Drive oder Sega Genderless Game. Und mit Mickey und Donald einstündiges Special wie Mio und ich das Ding einfach mal durchrocken, also durchspielen. Und das findet ihr wahrscheinlich in der Infokarte, die aufploppt. Und dann könnt ihr euch das auch angucken. Das ist daneben geschmissen. Ja, das fand ich... Ja, weil hier mich die Kuh geblockt hat. Das fand ich auch sehr witzig. Und auch solche One-Liner von Games werden wir wohl dann wieder irgendwie in die Waagschale schmeißen. Jetzt habe ich dieses blöde Futter an den Fressen. Das waren drei, vier Gewinde. Hat sich noch eine darangestellt. Und ja, das sind solche Sachen, die kommen können. Wenn ihr noch Vorschläge habt, ungeachtet natürlich von den Umständen dieses Projekts, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Und man kann immer drüber sprechen. Man kann sich immer damit gedanklich beschäftigen. Und wir reißen keinen den Kopf ab für einen Vorschlag. Genau. Das war eine Anspielung auf deinen... Ich zeig dir die Kommentare nicht. Mach ich ja auch nicht. Ja. Manchmal sind da Sachen, manchmal sind da Sachen, da steht Hashtag Team Mio oder so. Ja. Das kann ich dir nicht zeigen. Das ist mein Ego. Weißt, was da passiert? Langsam, aber sicher verdrängt. Ich weiß. Aber nur mit Hashtag Team Mio. Alles andere ist nicht gültig. Sowas wie, ich bin dafür, was Mio gesagt hat, gilt nicht. Ja. Das habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen. Das ist das. Ja, und ich denke mal im Allgemeinen, wir werden einfach Spaß haben. Und wir werden alle gut ins neue Jahr kommen. Denke ich so zumindest. Ja, die knallen hier jetzt schon. Ja, habe ich auch gedacht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Bestimmt. Ist ja auch nicht so schlimm. Wenn nicht, aber... Ja, ich hoffe, niemand hat irgendwelche dubiosen Urheberrechte an dem Geräusch, was ein Feuerwerkskörper macht. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Es wäre schade, wenn dieses Knallen, falls es drin ist, urheberrechtlich geschützt ist. Ja, wo ist das denn? Wir feiern nämlich jetzt schon ins neue Jahr. Na, Pferdchen, geh wieder rein. Und ja, das sind immer so die Sachen, die uns immer in den Kopf kommen. Nochmal zur Erinnerung. Und ja, außerdem habe ich vor, in den LPs nicht mehr so viel über andere LPs zu sprechen. Ich weiß, das klingt komisch. Ich weiß, das klingt komisch. Über andere LPs oder wie ich über meine Spiele nicht immer kaufe? Über andere Spiele und die eigene Lebenserfahrung zu sprechen. Wenn das in den Kontext passt. Und hier bei Harvest Moon gibt es ja wenig Kontext außer das Spiel selbst. Was einen schon dem Gaga-Typ? Ja, dem Gaga-Typ. Das ist mehr oder weniger mein Sohn. Zumindest wohnt er bei mir. Ja, deswegen ist es nicht unbedingt dein Sohn. Ja, werde ich versuchen, zukünftig zu unterlassen. Über andere Projekte zu reden. Weil dafür habe ich bald was anderes. Und ja. Ach so. Dann sprech doch mal über dieses Projekt, was du bald anders hast. Sprech doch mal über das Projekt, wo du nur noch über die Sachen sprichst. Nein, ich habe eine... Das sind alles nur noch Arbeitstitel. Nein. Aber ich wurde von der Community darauf hingewiesen. Und zwar das seltsame Phänomen, dass wenn man mal ein paar Tage nur Harvest Moon guckt und vielleicht auch nur die Harvest Moon Playlist aufhat, was ja passieren kann. Und gar nicht sozusagen auf dem Kanal rumstreunert, sondern immer nur guckt, wann das nächste Video für mich interessant ist. Dann hat man ja manchmal das Phänomen, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden, die für einen interessant sind, die man aber vielleicht gar nicht gesehen hat. Ja. So, und dafür werde ich eine Art eigenständiges Format machen, was einmal im Monat erscheint, wo ich dann über Highlights sprechen werde, aus Sachen, die ich aufgenommen habe, nicht unbedingt im Monat, aber im Gesamten gesehen. Ich werde über Sachen sprechen, die beendet wurden und ich werde über Sachen sprechen, die aktuell neu anfangen oder angefangen sind im Monat. Und dann hat man vielleicht ein bisschen Überblick, weil ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ihr guckt nur in der Playlist Harvest Moon, das ist cool, weil ihr guckt Harvest Moon, aber auf der anderen Seite, vielleicht willst du auch Pokémon sehen und vielleicht willst du auch Run Factory sehen oder irgendwas anderes. Hey, der wollte die langen. Ja. Kam ins Bubble. Ja, nur wegen dir. Ja. Nur, weil ich mich daran erinnert habe. Das finde ich super. Und, ähm, Bubble. Ja, und, und halt, um das nicht zu verpassen, werde ich jetzt halt so eine kleine Show machen, wo ich dann mal vielleicht Clips einblende aus Highlights und werde ein bisschen über die Projekte sprechen, die anfangen. Das ist ja ganz schön aufwendig, was du davor hast, mein Lieber. Das ist aufwendig, aber, äh, für einmal im Monat kann man das ruhig mal machen. Echt? Ja. Du kannst mir doch helfen. Du kannst aber eine Ansagedammer werden. Wir haben hier die rote Wand, dann machen wir das wie bei der... Oh, die rote Wand. Ja, genau. Auf dem Weihnachtsmarkt habe ich heute eine Ansagedammer. Ich finde das geil. Willst du erst reinreden, oder soll ich erst zu Ende sprechen? Oh, ich hasse diese Leute, die reinreden. Ist so. Die machen die ganze Folge. Boah, also. Erzähl. Okay, also. Um eben den Faden meiner Intelligenz enden zu lassen, will ich eben den Satz beenden. Und zwar könntest du dich dann vor halt die rote Wand stellen oder halt für eine weiße Wand oder vielleicht für einen Greenscreen und dann könntest du einfach genau das machen und dann so, oh ja, hier sind die neuesten Highlights von Misstrauen. Das fände ich so mega geil. Das fände ich so super. Hast du den Satz beendet? Ja. Ja, fände ich nicht geil. So. Also. Was? Ich meine, ich bin doch keine Lotto- oder Wetterfee. Das ist doch, nee. Pass auf. Das ist so, als würde ich mir die Lotto-Zahlen hier als, ne? Das ist, ich habe das einmal gesehen bei so einer Lotto-Fee. Immer wie die Frauen, wie die Frauen, die das war. Wenn die Frauen immer ihre Lotto-Zahlen dann vor die Brüste halten, wo du immer, hast du das noch nicht gesehen? Nein, es gab eine Lotto-Fee. Sie hat sich jedes Mal, wenn die die Kugel rausgeholt hat, hat die nicht nur so gemacht, irgendwie die Kugel gedreht, irgendwie eleganter, keine Ahnung. Niemand hat das gemacht, weil normalerweise fallen die in so Röhre, weil die keiner berühren soll, weil das ist der Sinn von Lotto, dass das keiner manipulieren kann. Nee, ich kenne so eine Sendung, da haben die die rausgeholt, per Hand. Auf jeden Fall, dann hat die die so komisch rausgeholt mit der Hand, dann hat die die immer so gedreht und hat vor ihre Brüste gehalten. Vielleicht hat sie harte Nippel und wollte das einfach verstecken. So, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das werde ich nicht tun. So, nein. Ich werde dir einen BH kaufen, der das alles covert mit harten Nippeln. Mach dir keine Sorgen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, ich werde auch keine Lottozahlen zeigen. Du bist ein unüberheblicher Klotz, du bist ganz anders. Ich bin sogar zu den Milchstern. Das sind die Leute, die mich unterbrechen. Entschuldigung. Ja, Mann. Wie feuchtet das? Du hast diese Leute. Das war nur, weil ich die hasse, die mich unterbrechen. Damit habe ich mich selber unterbrochen und dich unterbrochen und alle unterbrochen. Auf jeden Fall werde ich es nicht tun. Warum nicht? Ich finde das cool. Der Grund ist ganz einfach. Ich finde das, das ist einmal im Monat. Das ist doch nicht doof. Dann machst du hier, guck dir dieses wunderschöne Video an. Frau als Objekt. Na und? Der Objekte. Dann kann ich dich als Thumbnail benutzen und das lockt dann voll die Fans an. Die Fans, you know. Verlockt. Brüste in den Thumbnails. Meine Brüste werden dann genau so aussehen. Die Fans. Ich mache das in die Kamera, nicht zu mir. Das habe ich schon in die Kamera. Ach so. Wunderbar, ne? So. Aber weißt du was? Der Jack hat irgendwelche Sachen gemäßig. Das ist schon okay. Das ist Pubertät. Okay. Nein. So. Thema beendet. Du kannst das gerne machen. Finde ich cool, dass du sowas machst. Ich werde trotzdem keine Anzeigedame sein. Und wo ich eigentlich stehen geblieben war, war der Weihnachtsmarkt, den ich heute erlebt habe. Oder war noch mal die Folge. Hallo, ich höre deine Farben, läuft ziemlich gut. Wie stimmt das? Du warst also diese aufgeblähten Lüster. Du warst also auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, da war voll der Ski-Hulk. Voll der Ski-Hulk auch noch. Voll der Ski-Hulk, ey. Boah. So Dosen werfen, ne? Aber das waren alles Pinguin-Dosen. Also so Pinguinen. Und ich dachte, oh, der arme Ostra, der liebt Pinguinen. Und die wirft die einfach mit so fetten Kegeln ab. Es war eine Frau, die geworfen hat. Also die Ski-Hulk. Der Ski-Hulk. Der Ski-Hulk. So. Und es war einfach so lustig. Die war da wohl mit ihrer Freundin. Und sie warf aber zuerst. Wurf. Warf. 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 Fürerst. Und der warf mal komplett. Es waren 10, 10. Untereinander. Ja. Alle weggebummst. Ein Baller. Nein. Das der nacheinander. Und alle weggebummst. Ja. Nicht ein daneben. So. Ja, gut. Und das ist amazing. Und jetzt? Das ist amazing. Und dann die Freundin. Ja. Warum erzähle ich euch eigentlich den Kack? Aber egal. Die Freundin. Haha, das schaffe ich auch. Freundin, erster daneben. Zweiter daneben. Dritter daneben. Vierter traf die anderen Freundin im Gesicht. Was? Der ist so abgeprallt und hat sich vorher so mitten im Gesicht getroffen. Du musst dich dabei nicht selber slappen. Ja. Oder war das sehr vorfällig? Es war fällig. Es war fällig. Uuuuuh. Genut. Ich hab mir jetzt auch geslappt. Egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall war Skihulk. Amazing. Sie war amazing erledigt. Ich meine, dieser Ball, ich weiß nicht, was der wog, aber da kannst du wirklich sagen, die eine Freundin war dumm und die andere war, dachte ich, Skihulk, denn dieser Ball muss so hart gewesen sein und die Dosen so leicht, dass sie einfach umkippten und die andere Freundin war halt zu dumm und sie hat dann geheult, weil das Ding, die hatte so einen Fleck hier auf der Stirn. Weißt du, was das Problem ist? Man merkt, glaube ich, dass wir heute mal ausnahmsweise eine Folge machen, wo wir uns noch nicht so lange gesehen haben, um solche Erlebnisse nicht in der Folge zu teilen. Ihr müsst das wissen, denn merkt euch, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt zwei Freundinnen seht, an der Dosen. Jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, das sind Fans. Es tut mir leid. Wirst du was? Es tut mir leid. Deswegen, nein, es tut mir nicht leid. Deswegen hab ich mich geflappt. Wenn du, ja, das warst auf dem Weihnachtsmarkt. Obwohl, du hast eigentlich ja nur gesagt, die eine Frau war amazing, ja, dass sie das geschafft hat. Ja, und ich hoffe, du bist nur der Zuschauer, weil zu der, die ich gesagt hab, die ist blöd. Äh, dafür hab ich mich selbst geslappt. Na, man, du darfst nicht so eng sehen, was ich sage, so meine ich das nicht. Ich meine, blöd ist ja in dem Sinne nix. Ich meine, wir erinnern uns alle daran, wie Ostra überheblicher Mittelaltermarkt versucht es halt, Axt werfen zu machen. Und was hat er gemacht? Der hat den Scheiß dreck gemacht. Hat er, was hat er gemacht? Er hat die Axt geworfen, kann man das kaum noch nennen. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ich erinnere mich an viele Erlebnisse davon. Aber es war einfach so schrecklich. Ich hab da gewartet halt. Und nur zufällig auf diesen Stand geguckt. Und ich war so überrascht. Boah, die wirfte einen nacheinander weg. Und dann kam die nächste, haut die einen nach dem anderen daneben. Und ich wollte schon weggucken. Da sah ich nur, wie der Ball voll gegen die Stirn knallte. Die dreht sich um zu ihrer Freundin. Und dann hab ich da, weil ich dann saß so quer. Und deswegen hab ich gesehen, dass sie voll den fetten Abdruck hatte. Oh Gott. Und normalerweise denkt man ja, das sind so leichte Bälle. Ja, weil die ja betrügen wollen, sozusagen. Sie haben die Dosen erschweren und so. Ja, da ist ja so eine Art Reiß drin normalerweise. Der ist schon relativ hart. Deswegen dachte ich ja, sie sei so amazing, weil sie einfach alles hinkriegt. Ja. Ähm, ja. Gut war sie ja auch. Die kann ja nichts dafür getroffen zu werden, oder wie siehst du das? Ja, aber scheinbar war das ja gar nicht so schwierig, das zu treffen. Wenn der Ball so hart ist, dann kriegst du ja besser die Dosen umgeworfen. Naja, du musst die Dosen aber trotzdem erst treffen können, wie du wahrscheinlich beim zweiten gemerkt hast. Die war einfach doof. Die hat Colt, ich weiß nicht, wo die hingeworfen sind. Jetzt lass das doch mal sein mit dem Dosen. Auf jeden Fall. Das war einfach unskilled. Das ist doch nicht schlimm. Unskilled. Ja. Nein, aber auf jeden Fall. Du kennst es doch, wenn du vor so einer Bude stehst. Du bist doch gar nicht weit weg von diesen Dingen. Es ist doch immer nur schwer, weil du die nicht umgeworfen kriegst. Du haust dagegen, aber die fallen nicht um. Ja. Weit weg sind die ja gar nicht. Also die Treffsicherheit, wenn du einen Shooter einmal gespielt hast, solltest du treffen können. Du meinst also, wenn ich die Maus von links nach rechts bewegen kann, dann ist es das gleiche, wie wenn ich eine echte Real Life... Und den Kopf ziehst bei Killing Floor, dann ist das, als würdest du Dosen umwerfen. Ach so. Aber du meinst also eine Real Life Werfbewegung. Also wenn ich, jetzt sage ich es mal... Na gut, sagen wir an der Wii. Okay. An der Wii spielst du Schneeballschlacht. Ich wollte schon sagen, ich habe auch supermäßige, weiß ich nicht, Leute schon bei Schleichwerbung, bei Schlag den Rabe oder so gesehen, da, ja, ich bin die Superfrau, die könnte fucking nicht mal einen Handball werfen, die ist einfach immer so auf den Boden gedriftet. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Okay. In deinem Leben muss man mal einen Ball geworfen haben. Gut. Diese Folge ist trotzdem beendet. Hallo. Ich weiß, es kommt plötzlich, aber wir haben sie diesmal sehr gut mit Mios-Geschichten füllen können. Voll gespammt. Und ich hoffe einfach, ihr habt weiterhin viel Spaß mit den Folgen, die noch kommen. Wir werden in einer der letzten, ich glaube sogar in der letzten Folge, werden wir einfach mal über Harvest Moon sprechen, was wir so gemacht haben. Als Highlight sehen. Was wir, was wir, unsere Highlights aus der Serie, vielleicht nochmal ein paar Sachen nochmal in Erinnerung rufen, vielleicht nochmal ein paar Sachen, wo ihr auch sagt, ah ja, das war cool. Oder eventuell schreibt uns eure Highlights von der Serie doch schon mal in die Kommentare. Vielleicht ist da was für uns bei, dass wir auch teilen können, dass man vielleicht raussuchen kann, was wir dann einblenden können oder so. Wir wünschen euch, ja, einen schönen Rest des Tages. Schaut auf dem Kanal vorbei für mehr. Bis zum nächsten Mal. Irgendwann muss man sich einfach unterbrechen. Tschüss.